Auch zweieinhalb Monate nach dem plötzlichen Tod von Willi Herren ist die Trauer für seine Frau Jasmin Herren kaum auszuhalten. Am Sonntagabend äußerte sich die Witwe in einem emotionalen Clip in ihrer Instagram-Story. Zu sehen waren Liebeserklärungen ihres verstorbenen Mannes, die ihr Jasmin zu Lebzeiten gemacht hatte. Obwohl die beiden Anfang März ihre Trennung bekannt gaben, soll es kurz vor Willis Tod Gespräche über ein Liebes-Comeback und einen gemeinsamen Urlaub gegeben haben. Jasmin verleiht ihren Gefühlen nun Ausdruck. Jeden Tag schmerzt, jeden Tag um 11.11 Uhr, jede Sekunde, jeder Augenblick, für immer, in meinem Herzen. Diese emotionalen Worte begleiten das Video ihrer Instagram-Story. Um 11.11 Uhr habe sich das Ehepaar immer ihre gegenseitige Liebe gestanden. Die Todesursache ist bis heute ungeklärt. Ein Fremdverschulden konnte von der Polizei jedoch ausgeschlossen werden. Und der Vollsprung Afghanijatha. Upsen. Ausgeschlossen werden konnte von der Polizei werfen in den Kirch gestanden. A Multivken, kurzfristger, loyal, acht-malen Stand-Inkir Ч inf.- scapw indispensables da